Spielladen, Mäntelmeisterkoch. Wir checken gleich nochmal den Sound. Müsste aber jetzt ein bisschen besser sein, perfekt. Leiser noch. Was sagt Matteo? Ein bisschen leiser noch. Wir gucken gleich mal ingame. So. Ist immer noch zu laut. So. Ihr isst unsere Küche. Letztes Mal haben wir uns ein neues System ausgedacht, damit wir noch effizienter arbeiten können. Ich habe die Gewürze nach Farben sortiert, weil das ist nämlich, das macht einen richtigen Meisterkoch aus. Wenn man einfach die Gewürze, ist egal wie die schmecken, sondern man sortiert einfach nach Farben. Dann weiß man nämlich direkt, wo man suchen muss. Also die roten Sachen sind alle hier. Die grünen Sachen sind alle hier. Salz und Pfeffer und Gelb sind hier. Also richtig easy. Dann haben wir zwei Kochtöpfe und wir haben eine Pfanne. Wir haben hier Sonnenblumenöl. Wir haben hier eine Hühner-Bouillon. Dann haben wir hier unseren Pfannenwender. Ich bin Pro in Pfannenwenden. Dann haben wir hier mehrere. Hier haben wir eine Küchenuhr. Wir brauchen nur eine. Dann unseren Stabmixer. Alter, der steht. Chat, der Stabmixer steht. So, wir haben noch drei Minuten Vorbereitungszeit. Wir können die überspringen. Oder, Chat. Okay, jetzt kommt 200 IQ Play. Passt auf, Chat. Jetzt müsst ihr aufpassen. Sollen wir schon mal einen perfekten Borscht machen und den dann einfach servieren, wenn wir einen bekommen. Ohne Kelle kaufen. Aber ich muss eine Kelle kaufen. Ich kaufe eine Kelle. Utensilien. Utensilien habe ich gesagt. Wo ist die Kelle? Hä, es gibt keine Kelle. Chat, ich habe keine Kelle. Okay, 81% sagen ja. Ich bin dabei. Kelle kaufen klingt gut. Ich sehe keine Kelle. Seht ihr eine Kelle? Eine Plastikschüssel gibt es hier. Ein Schneidebrett, ein Schwamm, ein Spatel, eine Zange. Es gibt keine Kelle. Nimm den Eimer. Ich meine die Plastikschüssel. Das ist doch Quatsch, oder? Den Eimer? Den Eimer? Den Eimer? Oh. Das ist doch nicht euer Ernst, oder? Das ist ja viel zu riesig. Wie soll ich denn da einen Borscht reinmachen? Wie viel Zeit haben wir noch? 2 Minuten 52. Okay, Chat. Wer weiß noch auswendig, wie der Borscht ging? Los, Chat. Chat kocht jetzt. Also, wir nehmen den Topf. Das war's. Dann Hühnerbouillon. Wie viel war das? 700? Nimm Salz. Premium Borscht. Hackfleisch. Ein Eimer Borscht. Einmal 200. Nein, alles falsch. 1.000. 1.000. 700 oder 1.000? 700 war es, glaube ich, oder? So, okay. 700. Oder 1.000. 1.000. Das war 1.000. Okay, das war 1.000. Das war 1.000. Oh, fuck. So, Flüssigkeiten. Hühnerbouillon. Kaufen. Kein Plan, ehrlich gesagt. Scheiße, Mann. Wir müssen hier zusammenarbeiten. So 1.000. Oh, das ist zu viel ein bisschen. Oh, nee. Guckt mal hier. Alter, das wird der perfekte Borscht. So, wie viel Salz und Pfeffer jetzt? 700 Watt die Tomate. Genau. So, jetzt noch. 20 Salz, 20 Pfeffer, ne? Ich glaube auch. 20 Salz. So, 20 Salz. 20 Pfeffer. So, jetzt wird es aber schwierig. So, das passt. Jetzt. Rote Beete. Wie viel war das nochmal? 120. Ich glaube, 980, oder? 5 rote Beete. 5 oder 8. 600 Gramm. Ihr seid sicher. Sagt man. 8 Stück. Okay, 1. Ne. Äh. 1. 2. 3. 4. 5. Es waren 5. Es waren 5, Chat. Es waren 5. Okay, dann eine Zwiebel. Eine Karotte. Fuck, wir haben eine Bestellung. Egal, wir lassen den köcheln. Und was noch? Ein Rettich oder so? Eine Petersilie, ne? Ja. Eine Petersilie. Okay. Wir stellen den auf. Und jetzt machen wir... Ich lasse den erstmal ganz kurz... Ich mach den noch nicht. Wir machen den noch nicht. Es waren 8. Es war doch 8. Ne, es war nicht 8. So, gebackene Forelle. Wir machen jetzt mal die Forelle. Okay, machen eine Forelle. Nimm eine Forelle. 200 Gramm. So. Oh, fuck. So, wir haben eine Forelle. Diese Forelle legen wir hier ab. Und wir werden sie salzen und pfeffern. Salz, Pfeffer und Dill. Jeweils 5 Gramm. So, Salz. Alter, genailed. 5 Gramm. So, dann Pfeffer 5 Gramm. Ich muss sagen, virtuell kochen macht mehr Bock als echt kochen. Also, wirklich. So, und dann Dill. Was war der Dill? Dill, 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 Dill. Dill. Okay. Ist drauf. Nice. So, dann machen wir auf. Wir nehmen das raus. Wir nehmen die Forelle. So, wir machen die hier rein. Wir machen das zu. Wir machen das an. So. Chat, guckt auf die Zeit. So, dann. Später noch Meerrettich. Wir dürfen nicht den Meerrettich vergessen. Wir dürfen nicht den Meerrettich vergessen. Und eine Zitrone. Oh, jetzt geht's ab, Leute. Jetzt geht's richtig ab. Zitrone. Wo ist die Zitrone? Chat. Hat jemand die Zitrone gesehen, die ich gerade genommen habe? Liegt da unten. Fuck. Okay, wir legen das hier drauf. Snap. Liegt gut. Wir nehmen ein scharfes Messer, weil im Messerblock werden ja wieder schärfer. So. Schneidus. So, wir shiften. Snap. 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 Vier Stücke. Perfekt. So, wir bringen das zurück. Wow. Ab in den Messerblock, damit es wieder richtig geil scharf wird. Dann brauchen wir einen Teller. So, den stellen wir hier hin. Dann schauen wir ganz kurz nach die Fisch. Braucht noch. Okay. Gut. Dann nicht vergessen, Meerrettich. Wo ist der fucking Meerrettich? Hier, ne? So, den stelle ich schon mal hier hin. So, und dann machen wir das da da hin. So. Wollen wir den Borscht schon mal anstellen? Komm, wir machen den Borscht gleichzeitig. Ich bin Profi. Thymian? Was? Was mit Thymian? Thymian Monke S? Da gehört kein Salz. Da gehört Thymian dran. Fuck. Ich bin so ein Vollidiot. Ich dachte... Oh, ne. Ich dachte, Salz. Ich Volllappen. Ich dachte, Salz. Was ist denn mit diesem Fisch? Okay, safe. Gut, alles ist gut, Leute. Ist alles gut. So, das haben wir fertig. Dann nehmen wir schon mal hier die Zitronen. Legen die drauf. Das wird schmackhaft. Das hier ist die Sterneküche, Leute. Das hier, das ist das Restaurant, wo die Leute... Oh, mal. Wir müssen gucken, dass er genau fertig wird. So, ist der. Der ist ready. Der ist ready. So, dann gehen wir hier drauf. Können wir das Salz abkratzen? Ne, ne? So, Fisch ist da. So, jetzt Petersilie. Wie viel war das? Wie viel? Drei, oder? Eins. Zwei. Drei. Sellerie? Nein, das war keine Sellerie. So, wir sind ready. Aber nochmal. Mehr Rettich, Chad. Hätte ich fast vergessen. Scheiße. Okay, wie viel mehr Rettich? Fünf? Fünf. Nice. Betet. Betet gemeinsam. Dass ihr nicht merkt, dass da Salz drauf ist. Komm. Vier Sterne ist Pock. Vier Sterne ist Pock. Reicht für uns. Vier Sterne ist richtig Pock. Okay, geil. Okay. Ist der Borscht ready? Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, nee. Bestellung. Warte, ich mach den Borscht erstmal ready. Kommt in den Borscht Sahne rein? Den Borscht haben keine Sahne, oder? Nein, halt. Nicht mixen. Shit, wir dürfen nicht mixen. Nicht dummer. Nicht Sterne Koch. Fuck. Ah, nein. Okay, na gut. Ich leg das mal auf. Wir verstauen das wieder. Hä? Hä? Warum ist das zu? Hä? Chat? Oh. Hä? Hä? What the fuck? Habe ich drei Töpfe? Habe ich drei Töpfe? Seit wann habe ich denn Töpfe? Na gut. Okay. Also erstmal, wir machen ein Steak. Okay, das wird jetzt perfekt. Das wird fünf von fünf Sternen. Ähm, also wir nehmen ein Steak, 220 Gramm. So, das ist hier unten. Boom. So, wir legen das hier drauf. Boah, guck mal, wie geil dieses Steak aussieht. So richtig saftig und rot. Hm, so ein bisschen marmoriert. So, dann Salz vier Gramm, schwarzer Pfeffer vier Gramm. So, Achtung, das wird perfekt. Vier. Perfekt bisher. Wir sind zehn von... Zehn von zehn sind wir noch. Vier. Immer noch zehn von zehn. So, done. Ach, scheiße, Kartoffeln. Wir müssen Kartoffeln schneiden. Ähm, wir braten es noch nicht. Wir schneiden erstmal die Kartoffeln. Wie viel denn? Wie viele Kartoffeln brauchen wir? Erst die Pommes. Ja, ja, genau. Äh, 300 Gramm. So, das heißt, wir nehmen... Äh, ach, warte, ich muss die. Okay, wir machen das so. Wir nehmen eine Kartoffeln. So, und wir nehmen eine zweite Kartoffeln. So, die legen wir jetzt hier hin. Dann nehmen wir das Fleisch runter. Und ich lege das Fleisch mal kurz da rein. So, dann nehmen wir ein Messer. Wir nehmen ein Messer. Und wir schneiden richtig geile Pommes. Die Pommes werden jetzt perfekt. Achtung. So, wir drehen das so. Und jetzt, wie drehe ich nochmal? Äh, so, so, so. Achtung, so. Wir halten fest. Snap. 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 Ja, das war fast gut. Snap. 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 Und jetzt müssen wir irgendwie das hier kippeln. Wie kippel ich das denn jetzt? Okay, warte. Gibt es da irgendeine Technik, die ich übersehe, die besser wäre für Kartoffelschneiden? Irgendwas übersehe ich, Chat, oder? Snap. 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 So, okay. Messer kurz weglegen. Ähm, fuck, ich brauche ja noch eine Kartoffel. Ich hätte gleichzeitig schneiden sollen irgendwie, oder? Pommes-Schneidegeräte. Gibt es sowas? Hier, warte. Äh, wir drehen. Äh, so rum. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, dann schneiden wir hier, 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 da, da, da. Gut, und jetzt müssen wir das hier irgendwie noch... Ah, au, das war der Trick. Habt ihr gesehen? Mit dem Messer umkippen einfach. So, okay, ready. Das ist richtig gut. So, jetzt müssen wir das hier irgendwie, äh, drei Sekunden lang frittieren, würzen mit Salz, auf den Teller geben. Okay, ähm, das Steak braucht aber... Wo ist mein Steak? Das hat kein... Chat hat keiner geguckt, okay? So, wir machen das jetzt hier an. 45 Sekunden insgesamt oder von beiden Seiten? Auf jeder Seite 45 Sekunden. Okay, dann machen wir es so. Ähm, ich lege... Chat, jetzt auf die... Jetzt auf die Zeit achten, bitte. Guck bitte auf die Zeit. Und los geht's. 45 Sekunden ab jetzt. So, und dann in der Zeit... Nehmen wir hier die Fritteuse. Machen die schon mal an. Dann nehmen wir das hier. So. Äh, ich stelle das... Warte mal, wir machen das jetzt smart. Ich mache das jetzt 500 IQ-mäßig. Stell das da ab. Dann nehmen wir das. Wir kippeln es nach vorne. Scheiße, das wird nix. Ne, jetzt kann ich auch nicht... Ich kann nicht alles einzeln da rein tun. Fünfe... Steak? Warte. Oh, genau... Oh, Chat. Ihr seid ja einwandfrei. Fakt, ich muss aber jetzt drehen. Warte mal. Wir drehen das hier drin, damit es nicht weiter gart. 500 IQ. Wir drehen das in der kalten Pfanne. Und dann legen wir es da drauf. So, und jetzt kann... Warte. Und jetzt... Drehen. Och. Zehn von zehn, Leute. Zehn von zehn. So. Problem ist... Ich muss... Warte mal, wir machen das so. Ich stelle das hier hin. Und wir legen das einfach rein. Warum? Achtet bitte auf die Zeit. Achtet bitte auf die Zeit. Achtet auf die Zeit. Achtet auf die Zeit. Wegen dem Steak. Das Steak muss gut werden. Ach komm, fuck you. Okay, es ist ready. Ich lege das hier rein. Zum Abkühlen. Jesus Christ. Ey, bitte gib mir die Power. Ja. 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 Wir haben noch Zeit. Alles cool. Ja. 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 Okay. Easy soweit. Okay, jetzt rein. 30 Sekunden. So, wir brauchen mal einen Teller jetzt ready. So, wir nehmen einen schönen großen Teller, damit alles draufpasst. So, ich muss dann salzen, oder? Wir dürfen Salz nicht vergessen. Salz, oder? Salz, oder? Würzen mit Salz 6 Gramm. 6 Gramm. So, dann holen wir mal das Steak. Pommes vergessen, was? Ich habe die Pommes nicht vergessen. Ihr habt die Pommes nicht vergessen, Chat. Oh, nein, ich lege wieder rein. Perfekt. Perfekte Pommes. Achtung, jetzt. Oh. Oh, ja. Oh, ja. Okay, jetzt 6 Gramm, ne? 7. Ist okay. So, was? Hört da noch was dazu? Pfeffer geben. Heißer Viren. Rosmarinzweig. Scheiße. Vorsichtig jetzt. So, Rosmarinzweig. Wie viel Gramm waren das? 10, ne? 1, 2. Komm, Baby. Gib mir die 5. Gib mir die... Gib mir die 5. Es reicht. Es reicht. Viereinhalb. GG. Okay, so, dann. Noch 6 Minuten für ein gegrilltes Rinder... Fuck, neue Bestellung. Schneiden Rinderfilet 200 Gramm Scheiben. Fuck, fuck, schaffe ich nicht. Wir müssen uns beeilen. Warte, ich nehme das hier. Warum liegt da ein Topf drin? Liegt das da drauf? So, nehmen wir das hier. Wir stellen es hier hin. Muss ich ein bisschen beeilen, Chat. Tut mir leid. Ich muss hier den Kühlschrank zumachen. So, dann 200 Gramm Scheiben, oder was war das? 200 Gramm in Scheiben. Jede Scheibe bestreuen. Schneiden Rinderfilet 200 Gramm in Scheiben. Also 200 Gramm Scheiben, ist das korrekt? So, warte mal. So, jetzt drehen wir das. So, eine 100 Gramm Scheibe ist ziemlich genau so. Bäm. Warte. Und, so. 105 Jesus. Und, 99 Poggers. 99, Chat. Okay, dann Paprikapulver 2 Majoran. Oh Mann, das ist wieder so viel würzen, ey. Okay, Paprikapulver 2 Gramm. Paprikapulver 2 Gramm. So. 2. 2. Okay, haben wir geschafft. So, dann. Majoran getrocknet. Was ist Majoran? Da. 1, 2. 1. Was war das? Habe ich das irgendwie auf ein Ding gewürzt oder was? Weiß ich nicht. Korianderblätter getrocknet. Koriander. Koriander. Auch 2, glaube ich. Oder, Chat, 2? 2. 2. Okay. So, legen wir auch wieder zurück. Dann. Rosmarin und schwarzer Pfeffer und Chili. Rosmarin. Warte. 2. 2. Okay, dann. Schwarzer Pfeffer. 2. 2. Okay, und jetzt. Was war das noch? Chiliflocken. Leute, wo ist die Musik? Ich kann ohne Musik nicht arbeiten. Unser Radio ist kaputt oder was? 1. Oh, da kommt. Ah, ein chilliger Track. Ist gut. Okay, so, dann. 80 Sekunden lang grillen, auf einen Teller geben, heiß servieren. Kartoffeln brauchen wir aber noch. Wir brauchen nur noch 80 Sekunden. Okay. Dann machen wir erstmal. Warte mal, Rosmarin. Ich habe die Tüte auch. Okay, also wir grillen die jetzt. Warte, ich lege die hier rein. So. Bam. Nein! Was ist denn mit der... What the... Ich lasse es jetzt aber so, oder? Nicht braten, grillen. Ich grill die doch gerade, oder ist das da hinten? Das ist da hinten. Alles cool. So. Wenigstens fallen die um. Ja, okay. Also. Die grillen. Dann Kartoffeln. Backblech. 80 Sekunden. Okay, easy. Das Ding hier noch an. Ja, es ist heiß. 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 So. Eine Kartoffel. Zweite Kartoffel. So, rein da. Zu. Okay, wie sehen die hier aus? Die braten wir vor sich hin. Kommt da nicht irgendwie Salz drauf? Warum gehört denn da kein Salz drauf? Garnieren mit Rosmarinzweig. Das heißt, wir nehmen schon mal den Teller. Nehmen einen Rosmarinzweig. Zwei Stück waren das, glaube ich, oder? Zehn Gramm. Ja. So, das heißt, wir können die hier schon mal hier hinlegen. So, die brauchen noch. Wann sind die hier ready? Die brauchen auch noch. Okay. In der Pfanne ist da noch altes Bratöl. Ist es? Nein, ist nicht, oder? Shit, ist es. Fuck. Wo ist denn das hier? Oh. Ich hänge das mal hier jetzt rein. So, das machen wir aus. Die brauchen noch. Das ist aber schon ready. Kartoffeln ausgucken. Auch noch. So, andere Rezept war... Lachssteak. Scheiße. Ähm, was braucht man davon am längsten? Wir brauchen Salzkartoffeln. Shit, okay, wir machen schon mal die Salzkartoffeln. Also. Wir nehmen einen Topf. Wir gehen hier rein. Wir machen das hier auf. Ein Liter Wasser war es, glaube ich, oder? Nicht wenden. Man darf die nicht wenden. Chat, man darf die nicht wenden. So, genau ein Liter Wasser. So, den machen wir schon mal drauf. Ja, wir machen schon mal an. Dann nehmen wir hier 20 Gramm. Oh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. 20 Gramm, oder? So, okay, wir stellen das hier ab. So, Kartoffeln. Schnell, 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 schnell. Gotta go fast. Sind you ready? Weiß ich nicht. Ja, perfekt. Rauch. Die brauchen noch. Okay. So, warte mal. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Ähm... So, dann Kartoffeln für 120 Sekunden lang braten. Okay, alles klar. Dann machen wir hier Kartoffeln. Wie viele? Zwei? Zwei, oder? Ja, es sind zwei. Das heißt, wir nehmen den Topf. So. Eins. Zwei. So, drauf da. So, und die garen jetzt. Salz stimmt, oder? Ja, das stimmt. Kartoffeln stimmt. Okay, jetzt den... Oh, fuck. Oh, die werden genau richtig fertig. Huch, huch, huch. Pferd anmachen. Ja, warte. Okay. Ready. Und ready. So. Raus mit dem gegrillten Rinderfilet. Bam. Mua! Fünf Punkte, Chat. Fünf von fünf. Sterneküche wieder am Start. Äh, so. Okay, alles klar. Dann das Lachsfilet. Schnell, schnell, schnell. Gotta go fast. Gotta go fast. Mh... So, wir legen das hier drauf. Das wollte ich nicht. Okay, das ist ein bisschen abenteuerlich, aber okay. So, dann brauchen wir dafür... Fünf Gramm Salz, fünf Gramm schwarzer Pfeffer. Äh, wir müssen uns jetzt mal hier anschalten. So, fünf Gramm Salz. Das sind jetzt nicht Salz. So, das sind fünf Gramm schwarzer Pfeffer. Dann fünf Gramm Salz. Okay. Na, das sind sechs. Fuck. Könnte ich ein bisschen abkratzen? So, perfekt. Jetzt haben wir fünf. So, wo ist die Pfanne? Ist hier noch was drin? Ne, die ist sauber, ne? So, die legen wir hier drauf. Dann machen wir schon mal an. So, dann nehmen wir... Olde Blumen. Wie viel war das? Zehn? War das zehn, Chat? Hä? Warum ist da schon was drin? Ich dachte, ich werf das Öl weg. So, neue Pfanne. Geil. So, wird hier drauf gemacht. So, wie weit sind die hier? Die brauchen noch. So, dann. Äh, wie viel? Zehn Gramm Öl. Sonnenblumenöl. Okay, let's go. Warum ist denn das sofort zu viel? Öl, ich raff es nicht. Bin ich bescheuert? Pfanne. So. Öl. Okay, komm. So, jetzt. Boom. Bam. Okay, ist drin. So, sind die fertig, die Kartoffeln? Ja, gleich. So, dann nehmen wir die mal raus. So, jetzt kommt die Königsdisziplin, Chat. Warte mal, wir müssen ganz kurz mal gucken. Was kommt da noch mit drauf? 60 Sekunden von jeder Seite. Salzkartoffeln und es war's. Oder da kommt nix dazu, oder? Ist der Herd an? Ja, der Herd ist an. So, wir können schon mal einen Teller holen. Ja, 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 wir holen einen Teller. So, Teller. So, wir legen den Teller hier hin. Wir legen da schon mal die Kartoffeln drauf. So, dann nehmen wir die hier. Boom. Der braucht noch, ne? Muss den dann erst wenden. Die ist ein bisschen rutschig. Was, 20 Sekunden, 30 Sekunden? Nein, 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 von jeder Seite 60, oder nicht? Mit 20 Sekunden? Jetzt noch zwei Sekunden? Auf jeder Seite 60. Scheiße. Mach den Bratherd aus. Machen wir gleich, machen wir gleich. So, Achtung, Chat. Look at this. Wie ein junger Gott. So, hängt. Das passt. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Das machen wir aus. Das nehmen wir mal ganz kurz. Ballern wir es da rein. So, machen wir den hier aus. Machen wir das hier zu. Den Eimer nehmen wir. Legen den da kurz ab. So, den haben wir jetzt hier. Das ist bald fertig. Dann können wir das nehmen und da rüberbringen. Dann haben wir das doch hier schon. Da kommt auch nichts anderes dazu. Fuck, Mann. Wir sind halt drüber von der Zeit. Küche sieht aus wie Sau. Ja, das muss aber so. Da, wo gearbeitet wird, da fallen Späne, Chat. Das ist in so einer Sterneküche völlig normal, dass es mal ein bisschen drunter und drüber geht. Da muss man schon, ihr wisst schon, oder? Küche in Schlacht fällt. Das sieht doch top aus. Was ist denn das hier? So, was haben wir hier? Ja, das ist gleich fertig. Okay, wir versuchen, den auf den Punkt rauszunehmen. Warum fallen die Kartoffeln runter? Komm, Baby. Komm. Zeit, ich weiß, Zeit. Aber komm, gib mir die... Zeit ist null. Ey. Zu viel Öl. Wisst ihr, wie viel Öl da drin war? 11 Gramm oder 11 Milliliter statt 10. Und Salz war ein Gramm zu viel. Was ist denn mit denen los? Technik perfekt. Temperatur. Temperatur perfekt. Okay. So, das war's. Der Tag ist fertig. Wir räumen die Küche auf. Und wir erwarten unseren Restaurantkritiker. Ich hoffe, morgen kommt der Restaurantkritiker. Dann können wir hier dem mal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Also ich könnte auch Froschsenkel herstellen. Alter, der Wurf. Hör auf zu rollen. Hör auf zu rollen. Hör auf zu rollen. Hör auf zu rollen. Nice. So, dann lass mal putzen hier. So, das stellen wir hier hin. Das hier kommt hier drüben hin. Das hier kommt da hin. Küche läuft eigentlich. So, das sieht gut aus. Natürlich ist Messer in dem Messer-Blog-Chat. Der Herd ist noch an. So, Messer in dem Messer-Blog, damit es schon scharf wird. Oh, stimmt der Herd ist wirklich noch an? Scheiße. So, dann lass mal hier spülen. So. Der steht sehr gut. Der trocknet hier auf der Heizung, Chat. Das ist so gewollt. Der ist sauber. Den kippen auch mal aus. Nice. So, und die Pfanne auch noch mal kurz hier drunter halten. Nice. So. Zack. Und schon haben wir wieder eine astreine, saubere Küche. Wie neu sieht das hier aus? Was ist denn hier los? Ich sagte, bitte in die Ecke. Genau so. So. Haben wir hier. Ready. Zack. Mann, oh Mann hier. Hätte ich hier umgeschmissen, werde ich nie so freuen. So. Aber wisst ihr, was gut ist? Ich hol den Zauberstab gleich. Ja, mach ich. Mal kein Wasser verschwenden. Ähm, wisst ihr, was geil ist? Wir haben ja den Borscht verkackt. Aber. Die wollten gar keinen Borscht. Das heißt, wir haben gar nichts gewastet. Warum habe ich zwei Zauberstäbe, Chat? Warum haben wir zwei Zauberstäbe? Habe ich neun? Habe ich neun? So. Ey, guck mal, wie clean die Küche ist. Ist es nicht 10 von 10 clean? Einer gehört Elsa. Akimbo? Können wir Akimbo machen? Ne. Geht nicht. Okay, gut. Ah. So muss ne Küche aussehen. Ja. Warte. Ja. Och, guck mal hier. Komm hier. Schau mal richtig. Ja. Und? Ja. Komm, komm. Ja. So, was machen wir hier? Ja. Ne. Ja. So, dann machen wir die hier auch da hinten hin. Schön. Schön. Wunderschön. Das ist schön. Wann machen wir das hier? Hier hin. Alter Schwede, Leute. Ich weiß ja auch nicht. So, okay, ich bin ready. Was machen wir jetzt? Wir kaufen jetzt was Schönes, oder? Guck mal. Alter. Unsere Küchenstäbe stehen. Ah, das Brett in den Mülleimer. Stimmt, damit der, das ganze Gewürz da runter geht. Nice. Vielen Dank, Chat. So, Tag ist vorbei. Lass uns mal an den... Warte mal. Nice. Das Sponja-Logo. Guckt mal. Ist das von unserem Steam-Profil? Will säubern? Der ist doch sauber. Das ist nur Rost. Den müssen wir reparieren lassen. Packt da seine Pommes. Chat, ihr wisst, was zu tun ist. Wenn eine Pommes hier auf dem Boden liegt, dann kommt die aus dem Fenster. Wie können die Tauben jetzt essen? Da liegt sie. Rost macht Geschmack. Richtig. Während der Arbeit schauen. Was denn? Wann mal. Hier reingehen. So, Tag 10. Schließen. Wir können das jetzt hier abschließen. Tag, oder? Ja. Oh ja. Guck mal, das ist Tag 10. Tag 10, Chat. Wir haben... 25 Kochpunkte bekommen. Ruhm 86 von 150. Ausgaben 193. Einnahmen 268. Plus Trinkgelder. Wir haben 135 Dollar plus gemacht. Vier Bestellungen kamen rein. Vier Bestellungen abgefertigt. Easy. So, jetzt müssen wir ganz kurz gucken, wo wir unsere Punkte rein investieren. So, tägliche Belohnung 500 EP. Gerichtssterne 800 EP. Questbelohnung 50. Eventbelohnung. Okay. Neues Rezept. Okay, Chat. Ihr dürft entscheiden. Was wollen wir als nächstes lernen? Eine schnelle Kürbissuppe 1. Ein deutscher Kartoffelsalat. 2. Oder ein gegrilltes Thunfischsteak. Das Thunfischsteak sieht voll easy aus. Alter, der gegrillte Kartoffelsalat ist viel zu schwierig. Das ist ja voll kompliziert. Guck mal, was wir alles machen müssen. Das ist... Na? Ne, Chat. Schwenkt um auf 3. Oh nein. Okay, 77% sind für den deutschen Kartoffelsalat. Dann wird es wohl der deutsche Kartoffelsalat. Geil. Wir haben weißer Essig freigeschaltet. Diese Zutat findest du im Laden. Okay. Wir haben eine neue Zutat. Das ist weißer Pfeffer. Okay. Lass ihn mal kaufen. Also, wir brauchen... Senf. Weißer Pfeffer. So, erstmal weißer Pfeffer. Den stellen wir zu dem Pfeffer hier. Dann... Was haben wir denn noch? Chat, was habe ich vergessen jetzt? Kartoffeln haben wir. Flüssigkeiten. Senf brauchen wir noch. Boah, der sieht da geil aus. Guck mal, wie geil der Senf aussieht. Was fehlt noch? Schnittlauch. 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 Insektenburger gab es schon. Oder meint ihr in der Küche? Schnittlauch. Wo ist Schnittlauch? Produkte, glaube ich, oder? Schnittlauch. Aber den haben wir doch bestimmt, wann mal. Den muss ich doch nicht kaufen. Den gibt es doch bestimmt hier, oder? Ah, hier Salbeblätter. Schnittlauch gibt es hier. Und White Vinegar. Stimmt. Der weiße... Der weiße Essig. Den kaufen wir nochmal. Weil den brauchen wir. So, den stellen wir hier oben mit dazu. Ich werde 100%... Werde ich irgendwann mal den weißen Essig mit dem Sonnenblumenöl verwechseln. Aber, na gut. Kann man nichts machen. Ähm. Okay. Wir haben alles, oder? Matteo, du kannst, wenn du viele Sachen aufheben möchtest, vorher mit dem Mausrad drehen. Was? Wie ist denn das gemeint? Also, das liegt auf dem Boden. Das liegt auf dem Boden. Und das. Hä, was heißt denn vorher mit dem Mausrad? Das check ich nicht. Bei dem Pommes, oder was? Schneid mal ein paar Kartoffeln als Training. Stell dann Schneidebrett plus Gewürze unter den Rezeptbildschirm. Aber dann ist das weit weg vom Dings. Von der Kochstelle. Alle Pommes auf einmal zum Beispiel. Was? Das geht? Okay, müsst ihr mich nochmal daran erinnern, falls dir was runterfällt. Übe Pommes schneiden. Leute, ich bin Profi in Pommes schneiden. Okay, ich zeige euch mal, wie ich Pommes schneide. So, ich lege das hier hin. Ich nehme eins von meinen krassen Messern. So. Dann. Bam. 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 Dann. Umdrehen. Können wir so Pommes schneiden? Werden das Pommes? Pommes. Sind das keine Pommes, Chad? Oh, fuck. Warte mal, lass mal ganz kurz testen. Also, wie hebe ich jetzt mehrere Sachen auf? Ich nehme das, gehe runter und dann drücke ich das Mausrad. Oh mein Gott, das ist ja völlig OP. Wie krass ist das denn? Ey, wir hätten uns so viel Ärger sparen können. Krass. Danke für den Tipp. Das ist ja mega der Hack. Alter, nice. Leckere Bodenwürze. Bei uns kann man vom Boden essen. Das ist super sauber. So, ich glaube, wir brauchen keine Vorbereitungsphase mehr, oder? Oder wollen wir einen Borscht aufschütten vorher schon? Chad, was meint ihr? Wir haben nur noch 50 Sekunden, reicht nicht. Es reicht nicht. Wir starten jetzt einfach. Okay, ich warte. Ah, ich muss die Kartoffel... Oh, der Borscht! Der Borscht ist da! Okay, perfekter Borscht. Auf geht's. Hühnerbouillon, ein Liter. Okay, wir stellen den Topf auf. So, Hühnerbouillon, hier sind noch 800 drin. Oh nein, 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 nein. Kartoffelsuppe dazu. Ich muss ihn gleichzeitig kochen jetzt. Okay, Chad, weißt mich mit an. Warte, brauchen wir nicht. So, dann hier Flüssigkeiten, Hühnerbouillon kaufen. Was ist jetzt los? Kommt noch was dazu? So, hier brauchen wir einen Liter. Das ist fast einen Liter. Das ist ein Liter. Komm. So, dann nehmen wir diesen... Warte mal, ich stelle den mal hier hin. Und hier brauchen wir 700. Wir machen es genau gleichzeitig. So. Kommt, es reicht. Okay. Sodele. Ich fange jetzt auch mit dem Borscht an. Also, der braucht 20 Gramm Salz. 1, 2, 3, 20. So, 20 Gramm Salz haben wir drin. Dann brauchen wir schwarzer Pfeffer, auch 20 Gramm. Schwarzer Pfeffer auch 20 Gramm. Fuck, wie viele waren das jetzt? Ich habe mittendrin aufgehört. Ich bin ein mieser Penner. Wie viele waren das jetzt ungefähr? Äh, so, dann... Fünf rote Beete. 22? Na gut. Okay, fünf rote Beete. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann eine Zwiebel, eine Karotte und eine Petersilie. So, die stellen wir jetzt hier auf. So, wir machen an. Aber irgendwas davon wurde auch immer früher fertig. Was wurde denn davon immer früher fertig? Die Zwiebel, oder? Ja, die Zwiebel ist zu schnell. Ich lege die mal kurz weg. So, dann brauchen wir... Was brauchen wir hier? Was brauchen wir bei der anderen Suppe? Äh, Tomatensuppe. Dann brauchen wir hier 12 Salz, 12 Pfeffer. Aber jetzt mache ich die Zwiebel dazu wieder. So. Äh, 12 Salz. So, dann... 12 Pfeffer. Ah, das sind 13! Fuck, ich war doch schon fertig, ey. Wie weit ist das zu ihm? Wie dauert noch? So, dann... Brauchen wir, ähm... Cayennepfeffer 6. Cayennepfeffer war der rote. Hier. 6, passt. Okay. So, dann Tomaten. Wie weit ist das hier? Braucht noch. Aber irgendwas war davon fast fertig. Die Zwiebel. Fuck, Mann. So, äh, warte mal. Wie viele Tomaten brauchen wir denn? Ähm... 960 Gramm. 960 Gramm. Wie viele sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Habe ich hier irgendeinen verloren oder so? Äh, noch mal Zwiebel brauchen wir. Warte. Ich mach da wieder rein. Okay, wir pürieren das nicht, ne? Die pürieren das nicht, oder? Nein, 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 nein. Warte, warte, warte. So, fertig. Warte, 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 warte. Ey, du... Wie viel Zeit habe ich noch? Äh, warte mal. Den 60 Sekunden lang kochen lassen, okay. Saure Sahne hinzufügen. Wie viel Zeit haben wir noch? 3 Minuten. Wir schaffen das noch. Ich sag, wir schaffen das noch. Wie lange kocht das hier? Ich wüsste nicht an. Warum kocht das nicht? Chat, warum kocht das nicht? Was fehlt denn? Einmal runternehmen. Habe ich doch gerade. Boah. Oder sind es Äpfel oder was? Ne. So, runternehmen. Und wieder drauf. Jetzt geht's, oder was? Ja, jetzt geht's. Fuck, Mann. Okay. Wir machen es so. Hühner-Bouillon. Hühner-Bouillon. Kaufen. Kommt neu. Oh, nein. Nein, 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 nein. Läuft das da rein? Ja. Aber gerade so. Habe ich daneben geschüttet? Irgendwas? Es fällt alles auseinander, Chat. Es fällt alles auseinander. So. Okay. So, stellen wir mich oben hin. So, ist das hier fertig? Ne, es dauert noch. So, dann. Bei dem anderen brauchen wir 20 Gramm Salz, 20 Gramm Pfeffer. 20 Gramm Salz und Pfeffer. So, komm, 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 komm. Ich kann es noch schaffen. So, okay, das ist ready. So, dann Salz. So, wir werden es dann einfach pürieren. Also die Tomatensoße. So, okay, okay, okay. Ist die hier ready? Die Suppe dauert noch. Warum verkocht das aber alles gerade? Was kommt mir noch rein? Also ich muss jetzt pürieren, ne? So. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut, Chat. So, okay, die kocht noch weiter. So, dann haben wir hier Salz und Pfeffer drin. Was brauchen wir denn noch dafür? Bühnebohin. Salz, Pfeffer, schwarzer Pfeffer haben wir drin. Rote Beete, Zwiebel und Karotte, Petersilie. Okay. Okay, also, dann nehmen wir das. So, jetzt. Rote Beete. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann Petersilie. Eins, Zwiebel. Eins, Zwiebel. Eins. Und eine Karotte. Eins. Boom. So, kommt hier drauf. Wird angemacht. Brutzelt. Alles geil. So, dann machen wir in die andere, ins andere Ding muss Sahne rein, ne? Saure Sahne, 150. Are you ready? Ja. So, wir nehmen den runter. Vorsichtig. So, jetzt saure Sahne. 150. Ich muss zusammenschütten. So, das waren 40. Und das hier sind... Wie viele waren das jetzt? Beeil dich. Fuck. Wir machen das einfach. Wir machen das einfach. Komm, 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 komm. Äh... So. Teller. So, okay. Rein da. Und... Fuck. Okay, wisst ihr was? Man kann es ja nicht beschweren, wenn es zu viel ist, oder? Warum sollte man sich beschweren, wenn es zu viel ist? Wir sind unfehlbar. Unzerstörbar in der Küche. So, warte mal. Wie weit ist das Zeug jetzt hier? Produzibel ist schon ready. Den nehme ich mal raus. Fuck, eine Bestellung. Oh, ein Kartoffelsalat. Warte mal. Ein bisschen Borscht. Oh, fuck, fuck, fuck. Warte mal. Okay, wie sieht ein Kartoffelsalat aus? Wir fangen schon mal an mit dem Kartoffelsalat. Wasser, 1000 Liter. Okay, alles klar. Wo ist unser Topf? Das Ding ist aber geil. Das ist aber eine geile Suppe. Die hebe ich auf. Wo ist unser dritter Topf? Chat, wo ist unser dritter Topf? Ah, hier drin, ne? So. Wir nehmen den. Wir nehmen den. So. Ausgeschüttet. Zack. Jetzt brauchen wir Wasser. einen Liter, ne? Genau, einen Liter. Genau, einen Liter. Genau, einen Liter. Einen Liter haben wir. Boom. So, drauf hier. So, die Suppe ist, glaube ich, jetzt ready, oder? So, wir legen das jetzt hier hin. Warte mal, geht das auch hier? So, wir müssen jetzt hier anrichten. So, wir müssen jetzt hier anrichten. Okay, machen wir. Boah, das ist perfekt. Das ist perfekt. Warte, Chat. Komm, das geht noch raus. Da geht noch raus. Der ist geschmacklich 10 von 10. Geschmacklich 10 von 10. Zeit ist aber kacke. Aber passt schon. Komm. Ja, 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 ja. Komm, guck mal hier. So, ready? Sodele. Dann, ähm, hier. Wir haben kochendes Wasser. So, was brauchen wir noch? Salz, 20 Gramm. Kartoffeln, 300. Okay, also Salz, 20 Gramm. Wie viel war da jetzt drin? Shit, wie viel war da jetzt? Hä? Chat? Man salzt alle? Okay, wir müssen neun machen. Das bringt nix. So, wir müssen neu. Produkte, Gewürze. Äh, wo ist Salz? Wo ist Salz? Wo ist fucking Salz? Was ist mit diesem Menü hier los? Was hab ich gekauft? Oh nein, ey. Scheiße. Okay, warte mal. Wir nehmen einfach einen neuen Topf. Wo ist mein Topf? Ist er hier drin? Ja. Mit Spülschwamm? Okay, ein Liter trotzdem. Ein Liter brauchen wir nur. Brauchen ein Liter. Ist noch alles cool. Wir haben noch Zeit. So, ein Liter. Nice. Spülschwamm ist nicht mehr da. So, das passt. So, jetzt brauchen wir Salz. Wo finde ich denn fucking Salz, Mann? Bei Gewürze oder nicht? Da ist es doch. So, gekauft. Ähm, so, zack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Äh, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 16. 20 Salz. Perfekt. Okay. So, haben wir es doch. Und dann haben wir hier 300 Gramm Kartoffeln. Die kommen in das Wasser rein. 130 Sekunden kochen. So. 300 Gramm Kartoffeln sind genau zwei Kartoffeln. Eins, zwei. Ast rein, zack, auf den Herd, das läuft. So, dann, 130 Sekunden kochen lassen, schneiden, Kartoffeln entscheiden, 15 Gramm, in eine Auflaufform geben, Zwiebeln schneiden, in einen Topf hinzufügen, Alter, wie schwer ist das denn? Wasser und Herd, ja, hier machen wir Herd aus hier. So, Wasser machen wir auch kurz aus. So, also, ich muss jetzt, was ist denn das hier überhaupt, das brauche ich ja nicht, ne? Ich brauche aber das Brett. So, ich muss Zwiebeln schneiden, und zwar, wie viel? 120 Gramm in Würfel, 15 Gramm, okay, 120 Gramm, das ist eine Zwiebel, wir nehmen eine Zwiebel. So, lassen wir es kochen, wie lange kocht das hier noch? Das dauert noch, okay, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit, so, warte mal, wir nehmen das hier. So, wir schneiden jetzt in Würfel. Okay, let's go, don't move. Snap, 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 snap. So, dann, nein! Ja, passt aber noch. Snap, 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 snap. Oh, keine Ahnung, gerade es funktioniert. so ist es reicht das so oder was war jetzt ist es gut okay keine ahnung ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung so wir machen das jetzt so also so jeder haben wir hier ziehen wir in würfel schneiden in einen topf hinzufügen wie was mit der auflaufform schneiden kartoffeln entscheiden mit einer auflaufform geben seit sind die kartoffeln sind gleich so weit ich habe keine auflaufform wir kaufen jetzt eine so das sind utensilien auflaufform schwamm sieb zange paella pfanne wo ist eine auflaufform chat chat wo ist ein auf bei den tellern ach so das da auflauffo ja 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 vielen dank chat so wir nehmen das jetzt runter so wir müssen das hier abtropfen so schneide kartoffeln in scheiben okay das heißt wir schneiden die kartoffeln auch in scheiben die zwiebeln hätten in scheiben gesollt und nicht in äh ich muss eine neue zwiebel kaufen so warte mal ich hole eine neue zwiebel scheiben was nein passt aber das sind doch scheiben das war richtig nein das war oder warte mal da steht schneide zwiebeln 120 in würfel fuck okay nochmal ich brauche ein scharfes messer so drehen ich bin profi inzwischen schneiden merkt ihr vielleicht so dann noch mal ein bisschen drehen okay so das muss so passen so dann nehmen wir mit mausrad was machen wir jetzt wir nehmen jetzt die kartoffeln schneiden die in einen topf hinzufügen ich soll also die zwiebeln anbraten oder was die zwiebeln in einem topf anbraten oder wie frage ich brauche einen topf welchen topf nehmen wir wir nehmen wir die kartoffeln raus so ähm so also wer hat mir den topf ne pfanne da steht doch topf äh zu einem topf hinzufügen hühner bouillon weißer essig oder gehören die zwiebeln da gar nicht dazu ich raff das rezept gar nicht und er hat wohl noch nie kartoffel auflauf gemacht das ist ja auch kein kartoffel auflauf sondern deutscher kartoffelsalat die ist immer fertig gib alles in die auflaufform beträufel mit sonnenblumenöl warm servieren okay das heißt also wir machen erstmal einen topf wir machen jetzt erstmal einen topf mit hühner bouillon ich krieg das nicht alles gebacken 500 milliliter hühner bouillon wie lange noch drin 300 wenn er 800 500 hühner bouillon ja es reicht okay so es ist noch an nein dann weißer essig 20 milliliter weißer essig kartoffelsalat meines lebens so dann salz 10 weißer pfeffer 10 salz 10 11 ist aber ok weißer pfeffer 10 perfekt so dann zucker ich habe kein zucker oder zucker 10 senf 10 milliliter und nur zwiebel warme weißer pfeffer wie viel weißer pfeffer habe ich schon drin oder scheiße mega verpeilt senf 10 milliliter senf 10 milliliter senf das waren mehr als 10 oh scheiße wie hart ist denn das bitte eine zwiebel okay ich mache schon mal an um zucker fuck ich habe zucker vergessen so davon auch 10 oder so ok 10 gut salz und zucker nebeneinander so das lassen wir jetzt köcheln das andere machen wir in einen teller schon rein oder was ok das bedeutend oh fuck chat was war das denn wir nehmen das hier ich muss die in scheiben schneiden die kartoffeln erst ganz kurz hier ablegen so kann ich das alles der hat gecancelt der hat gecancelt das ist ja unmöglich den deutschen kartoffelsalat zu machen das ist das schwerste gericht der welt ok scheiß drauf dann kommt er weg und der hier ja der ist auch gleich den schaffe ich auch nicht mehr alter schwede das ist ja super hardcore wieso nutze ich das mausrad habe ich gerade eben probiert es ging nicht ich kann das mausrad hier nicht benutzen weiß nicht warum ich benutze gerade das mausrad es geht nur auf den boden jetzt geht es auch nicht warum geht das mausrad nicht mehr oben eine bestellung ok gebraten gebackene forelle die schaffen wir jetzt noch komm ich streng mich jetzt einmal an gebackene forelle boom let's go hier drauf so da kommt drauf schwarzer pfeffer thymian und dill so schwarzer pfeffer fünf das sind die perfekte forelle thymian fünf und dill fünf oh mein gott war das richtig ja backblech ballern komm ja rein da so machen wir zu machen wir an so dann nehmen uns eine citron wir legen die hier drauf dann nehmen wir aber warum brennt das eigentlich die ganze zeit noch was denn hier eigentlich los fuck you ey das ist einfach eine katastrophe so wir nehmen das hier so eins zwei drei so einen teller so bringen wir das hier hin dann wie kann ich jetzt mit mausrad mehr auswählen ich dreh gerade das mausrad das geht aber nicht wie es mit dem teller vielleicht man muss was in der hand haben man muss was in der hand haben man muss was in der hand haben so dann wie sieht der aus hier läuft noch dann mehr rettich getrocknet muss noch drauf Zitrone haben wir schon geviertelt Petersilie zum garnieren genau die können wir auch nochmal snacken dann lass mal die Petersilie schon mal drauf tun aber weniger gefahr dann später hier Petersilie das ist das hier ich glaube drei eins zwei drei läuft bei uns zack braucht noch ein bisschen aber die geht heiß raus die geht heiß raus so ready so legen wir ab und enjoy den Meerrettich ich hasse mein dummes Leben also trotzdem viereinhalb Sterne ja warte mal der habt ihr das gerade gesehen der zweifelt unsere Zitronenschneidetechnik an hieß das sein Ernst und hier ist immer noch dieser verdammte Lachs der Gast wartet immer noch auf sein Lachssteak soll ich das noch machen schmeiß den Kerl raus nein ok hier sieht ein bisschen egal ich fange einfach mal an zu putzen oder ja so wir putzen da machen wir jetzt drei Zauberstäbe da liegt hinten ja auch oh ne wo ist der dritte so lassen wir hier putzen ok müssen wir alles von Hand aufheben jetzt ne oder oh man was ein Tag ey das war das war der war zu krass der Tag ich muss mal wieder runter kommen ich würde meine Speisekarte gerne verkleinern meine Speisekarte ist mir zu krass wir machen das mal folgendermaßen die Suppe war aber noch gut ne die behalten wir mal und die Suppe hier war auch gut die beiden Suppen waren nice lass mal diesen Teller hier neben alles rein tun Leute das ist so OP das ist so OP mit diesen ganzen Sachen auf einmal aufheben Alter oh fuck mal wegbringen ganz kurz das ist so krass geil okay so wartet oh da muss man sich noch ein bisschen man muss noch aufpassen wenn der Teller so klein ist geht das nicht so gut oh 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 ja ok was macht die Speisekarte voller und lass die Qualität schlechter werden das funktioniert bei den meisten Restaurants ja eh am liebsten würde ich mich spezialisieren auf irgendwie einen was ist denn hier los wie will mein Salz nicht wecken ey das kann nicht sein dass meine Teller immer so leicht kaputt gehen hab ich zweimal Salz ah das ist leer so wir nehmen mal einen neuen Teller und benutzen den mal um den alten Teller aufzuheben aber geht das nicht geht nicht geht nicht so kann ich diesen Teller hier ablegen ja das geht geil wir haben noch einen Eimer ja stimmt wir haben den Eimer ja ja wir nehmen den Eimer ja 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 das leer rein da ey die Eimer sind ja richtig geil okay was haben wir hier eine Karotte so dann haben wir hier Hühner Bouillon nur ein Milliliter das haben wir hier Hühner Bouillon auch nur ein Milliliter geil und rein da okay rein da das ist ready war okay erklärt mir warum man den gesamten Eimer wegwirft wenn da noch Müll drin ist das ergibt überhaupt keinen Sinn da war da noch Müll drin oh man ey okay das drehen wir ab so die werfen wir auch weg so fuck ich ich muss so viel putzen gerade holy shit so die behalten wir die beiden das sind nämlich Top Suppen so die hier bringen wir zurück knapp und das hier stellen wir hier auf ähm gut ready so wir können die Putzphase bespringen und dann können wir uns neue Rezepte aussuchen vielleicht schaffen wir noch einen Tag oder eher nicht ich weiß es nicht noch ein Tipp mit E kann man abschmecken also einen oder sieben Milliliter entfernen oh was das ist ja mega nice anderen Behälter für Suppe kaufen stimmt okay warte mal erst mal was uns auf jeden Fall hilft ist wenn wir die Zeit wenn wir mehr Zeit haben hier verlängerte Zeitüberschreitung Zeitüberschreitung für Gerichte wird um ja so das haben wir jetzt genommen und Vorbereitungsphase brauche ich nicht länger robustere Ausrüstung Ruhmschutz das kann ich gebrauchen erweiterte Reinigungsphase brauche ich nicht einfache Events Dörper und Gummets haben 10% Erweiterung okay dann machen wir das hier das brauchen wir nämlich okay Chat wir müssen jetzt den Ball flach halten was Servierzeit gab es da Servierzeit ups scheiße kann ich zurückgehen irgendwie ne ne also es gibt Schweins Kotelett mit Bratkartoffeln klingt kompliziert Schweinelände mit ich kann das nicht mal aussprechen da kann ich das auch nicht kochen wenn ich das nicht aussprechen kann kann ich das auch nicht kochen und Hähnchenschenkel mit Caprese Salat oh ne nicht Salat da müssen wir so viel schneiden am Laptop kannst du ein neues skillen geht das gut okay Chat was wollt ihr haben eins zwei oder drei ich würde am liebsten nichts davon nehmen schneiden ist gleich vorbereiten okay die Mehrheit ist für drei das Hähnchenschenkel mit Caprese Salat und zeigt mal lass uns das Rezept angucken das sieht gar nicht so kompliziert aus guck mal Hähnchenschenkel mit Schwarz mit Salz schwarzer Pfeffer Cayenne Pfeffer und Kreuzkümmelpulver und alles wieder neues Gewürz Tomate in Scheiben Mozzarella in Scheiben das schaffe ich würzen mit Salz schwarzer Pfeffer Olivenöl auf den Teller geben kühl servieren garnieren mit Basilikumblatt es klingt machbar wir nehmen es Chat außer er nimmt es nicht okay Tag 12 so letzter Tag danach spielen wir Dark Souls No Death so ich brauche Flüssigkeiten äh Olivenöl jetzt kann da grad ein Gericht rein schon okay scheiß auf die Vorbereitungs ah ne doch nicht so Basilikumblatt gibt's da unten äh was brauchen wir noch was brauchen wir noch Hähnchenschenkel mit Caprese okay also müssen sie auf jeden Fall einmal vorbereiten Tomaten und Mozzarella brauchen wir oder? Kreuzkümmel noch Gewürze Kreuzkümmel Kaufen den stelle ich mal hier so außen bei den rotbraunen Sachen Behälter für Suppen scheiße ey Borscht kochen ich weiß gar nicht ob der Borscht kommt was könnte ich schon vorbereiten wo ist der Mozzarella hier ist der hier im Kühlschrank wo ist der Mozzarella Produkte ah Mozzarella da soll ich den schon mal kaufen bereite Fleisch vor Fleisch würzen okay dann würze schon mal das Fleisch das ist schon mal ne gute Idee so hier ist ein Hähnchenschenkel nehm mal ne ein oder zwei einen oder? oder zwei? ich muss mein Brett erstmal waschen also sauber machen ok ok sauber einen ok wo sehe ich denn die Rezepte? am Laptop oder? Rezept Manager hier Chat merkt euch das bitte Salz 3 Gramm schwarzer Pfeffer 3 Gramm Cayennepfeffer 3 Gramm Kreuzkümmel 3 Gramm ok hat sich irgendjemand das gemerkt? ich nicht äh Salz 3 haben wir dann schwarzer Pfeffer 3 dann dann Kreuzkümmel 3 und ich glaube Cayennepfeffer oder? ja 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 ok geil man danke Chat wir kriegen das hin so das sind auch 3 gut haben wir schon mal soll ich noch irgendwas vorbereiten? wir brauchen nicht noch mehr oder? ich glaube sollen wir einfach starten? wir schaffen es Kartoffeln kochen Kartoffeln kochen für was? für den Salat für den Kartoffelsalat Kartoffeln kochen für den Kartoffelsalat ok ein Liter Wasser oder? du wolltest umskillen? wir könnten versuchen umzuskillen dürfen wir umskillen jetzt noch? mal ganz kurz lass mal umskillen Perk Browser Fähigkeiten Manager was ist denn? Perks oder? Perks? ne Fähigkeiten wie kann ich umskillen? alle Fähigkeiten zurücksetzen? alle? oh ne das kostet 1000 Credits ne das ist zu teuer ne das mach ich nicht da warten wir noch einen Tag ab das ist mir jetzt viel zu teuer ähm so dann machen wir mal hier 20 Gramm Salz wisst ihr was? wir lassen es einfach mal kochen und dann haben wir die Kartoffeln rein so 20 Gramm Salz sind drin ach komm wir machen die Kartoffeln direkt zwei Stück ne waren das eins zwei aber die koche ich doch jetzt nicht schon oder? die müssen die dürfen ja kalt werden also kochen die doch gleich mehrere gleich vier mach vier oder sechs wir machen vier so vier aber mehr nicht sodel wir haben noch 55 Sekunden mit Schale kochen machen wir ja muss da nicht auch noch mehr Salz und Wasser rein? ne glaube ich nicht ob wir eine Nudel kochen oder zwei also bei riesigen Mengen ja aber doch nicht bei einem Liter Wasser und vier Kartoffeln Huhn aufs Blech oh stimmt das muss aufs Blech ok ich bin jetzt gespannt was kommt ey lassen wir aber aus ok ok Forelle oh ich kann doch nicht alles vorbereiten Chat dann haben wir ja voll die Ausgaben ok wir haben geöffnet ich mach das jetzt komm wenn ein Rezept kommt wir ballern das direkt weg wir müssen nur perfekt arbeiten das kriegen wir locker hin ich hab bisher noch nie Fehler in der Küche gemacht Bestellung ein Borscht ok ein Liter Hühnerbouillon so wir machen das hier erstmal weg wir brauchen einen Topf Borscht haben wir ja fertig schon ok Borscht ist fertig mach den nur heiß boah GG ey so wir lassen den heiß werden und dann haben wir das schon so dann nehmen wir hier den einen Suppenteller stelle ich hier ab so wie sehe ich wie heiß das ist wer das heißt Chat oder nicht ja die andere Bestellung habe ich gesehen das ist ein Lachs den machen wir währenddessen mal die Kartoffeln ja da können wir direkt zwei Kartoffeln davon nehmen oder warte mal lass mal hier den Dings draus nehmen also nehmen wir hier so dann drehen wir das mal ab so wir stellen die mal da hinten hin dann machen wir die Pfanne hier schon mal an so auf den Lachs kommt 5 Gramm Salz 5 Gramm schwarzer Pfeffer so 5 Gramm Salz 5 Gramm schwarzer Pfeffer Perfekt so dann brauchen wir 10 Milliliter Sonnenblumenöl 9 9 das sind 11 kann ich jetzt abschmecken noch mal kann ich mit E abschmecken ok was soll ich denn tun Behälter aufnehmen E probieren was bringt mir das denn so wir ballerns rein so ist das hier schon heiß ja das ist jetzt heiß so wir nehmen das hier für uns hier rein oh 324 Chat das ist Ultrapock unser Borscht ist fertig und komm gib mir einen 5 von 5er Borscht 2 Sterne Dreck ich hab noch nie ein 2 Sterne Gericht gekocht was ist das? warte doch an warum ich hab's weggeworfen es ist vorbei scheiße ich hätte echt gucken sollen warum fuck war der abgelaufen der war kalt der war doch heiß das ist noch nicht drin oder? warte mal fuck fuck ne das ist nicht dein ernst ne war frächer das ist noch nicht dein das ist noch das ist noch nicht der war das ist noch nicht das ist noch nicht verdammt wie ist noch nicht das ist noch nicht Gut, ich hole schon mal die Kartoffeln, die sind ja ready, die nehmen jetzt einfach einen Teller, so, zwei Kartoffeln, die kommen hier hin, was kommt da noch rein, Sommel, Lachsfilet, Wasser, Salz, Kartoffeln, ja, heiß servieren, okay, der ist bald soweit, ist es denn hier noch heiß, ich glaube schon, ich hoffe so, die Kartoffeln sind aber kalt, was? Warum sind die kalt? Wie sehe ich die Temperatur von den Kartoffeln? Die sind nicht kalt, die sind hot, wir lassen hier noch ein bisschen warm werden, sind heiß. Nee. Nee. Oh, der war noch nicht fertig, oder? Doch. Ach komm. Muss da irgendwas drauf? Warum liegt da eine Pommes am Rand? Warum lag da eine Pommes am Rand? Ich muss ganz ehrlich sagen, vier von fünf reicht mir dicke. Gastbeschwerden, nicht genug Salz, hä, und Technik, Lachsteak, Hitzefehler. Wir verlieren unseren Sternchat, ich sag's euch. Was hat der gerade zu mir gesagt? Wow, immerhin keine Bestellung vermasselt. Bestellung, okay, jetzt ist unsere Zeit, unsere Time to shine. Hähnchenschenkel, Salz, Cayennepfeffer, äh, Kreuzkümmel, haben wir schon vorbereitet. Backblech geben, 120 Sekunden lang backen. Okay. Boom. Ready. Weiter geht's. Tomate, 120 Gramm in Scheiben. So, Tomate, das ist ein Apfel. Eine Tomate, 120 Gramm in Scheiben, das ist kein Problem für mich. Ich bin super Samurai, Saiyajin. So, einmal hier, Achtung. Boom. 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 Was mit dem Strunk? Boom. 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 Trunk. So, okay, egal. Haben wir. So, dann. Mozzarella, 160 Gramm auch in Scheiben. Okay. Ah, in den Fuß gefallen. So, Mozzarella kaufen. Warm. Wie viel ist das? Das eine oder was? Warte, 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 warte. Mit Teller? Immer mit einem Teller hier. Okay, alles drauf. Snap. Messer. Snap. Der ist 80 Gramm. Wie viel brauchen wir? Wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. Wir brauchen zwei. zwei. So. Liegt. Wo ist mein Messer? So, Le. Auf geht's. Autsch. Ne? 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 Warum bewegt der sich denn? Ich halte ihn doch fest gerade. Kann man Mozzarella nicht festhalten? Oh nein, das Messer ist wieder stumpf, oder? Mozzarella kann man nicht festhalten. Wat? Oh ne? Der wird ja richtig hässlich. Der schneidet sich wie ein Champignon-Pilz. Okay, so, dann nehmen wir das hier. So, wir nehmen das, das das und das. Wir stellen das hier hin. So, das muss ich jetzt machen. Würzen mit, unser Hähnchenschenkel, scheiße. Das ist aber knapp, da hat aber keiner aufgepasst hier. So, womit würzen wir das? Salz 5, schwarzer Pfeffer 5 und Olivenöl 10. Salz 5, das waren 6. Schwarzer Pfeffer auch 5, oder? Das waren 5, yes. So, dann Olivenöl. Wo haben wir das? Hier, 10 glaube ich. Was war das denn bitte jetzt gerade? Warum ist es so abgespaced? Wie viel ist jetzt drauf? Wo sehe ich das Öl? Olivenöl? 1 Milliliter. Ich kann es nicht abschmecken. Fuck, man. Okay, mach noch mal 9 drauf. Ihr habt keine Ahnung, wie viel da drauf ist jetzt. Ich kann es nicht abschätzen. Warum ist es so? Auf den Teller geben, kühl servieren. Hä, was? Wann mal. Also, der Salat soll kühl. 20 Liter grob habe ich drauf gemacht. Was? 20 Milliliter? Ist das jetzt fertig oder muss da noch irgendwas drauf? Garnieren mit Basilikumblatt. 9. Okay, Basilikumblatt. Come, we can do it. 9, 1, 2, 3. Das sieht richtig geil aus, oder? Das ist eine 10 von 5. Komm. Mehr als 4 Sterne für den Geschmack. Geschmäcker. Nicht genug Öl. Nicht genug. Salz. Nicht genug. Nicht genug. Schwarzer Pfeffer. Nicht genug. Technik. Schlechte Schneidetechnik. Leck mich. Mozzarella. Schlechte Schneidetechnik. Leck mich. Temperatur. Perfekt. Oh. Okay, noch einer. Okay, wir haben die Chance, es zu verbessern. Wir haben die Chance, es besser zu machen. So, let's go. Let's go. Okay, so, also, wo ist hier? Hähnchen. Da unten. So, wir nehmen eins. Boom. Wir legen es hier ab. Bam. Snap. Snap. So, wir klicken es an. So, Salz 3. Schwarzer Pfeffer 3. So, Salz. Boom. Wir machen das jetzt perfekt. 1, 2, 3. Perfekt. So, wir legen das wieder zurück. Upp. Und up. So, upala. 1, 2, 3. Perfekt. So, wieder zurück. Dann, was kommt da noch mit drauf? Äh, Kreuzkümmelpulver 3 Gramm. Kreuzkümmel hatte ich, glaube ich, da hinten. Ja. Sag drauf. 3. Perfekt. So, stellen wir hier kurz ab. Dann nehmen wir das hier raus. Das ist heiß. Oh, ist heiß. Heiß. Danke. Heiß. So, wir legen das hier drauf. Muss da noch irgendwas drauf? Nein, oder? Salz, 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 Salz. Cayenne habe ich vergessen. Ich habe Cayenne vergessen. Ich habe Cayenne vergessen, Chat. Ich habe Cayenne vergessen. Ich habe Cayenne vergessen. Wo ist Cayenne? Cayenne. Cayenne. Chili. Cayenne. Okay, auch 3, ne? Perfekt. So, vielen Dank, dass ihr mich noch daran erinnert habt. Das war knapp. Wir machen zu. Wir machen an. So, jetzt holen wir. Wir machen jetzt mal dieses Brett hier sauber. Wir wollen nämlich keine Verunreinigung haben auf dem Brett. So, dann nehmen wir eine Tomate, 120 Gramm. Die legen wir hier drauf. Und jetzt schneiden wir das so perfekt, wie es geht. So, boom. Zack. Wir gehen hier hin. Zack. So, jetzt. Ich halte fest. Aha. 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 So. Perfekt geschnitten. So, dann das alles nehmen wir. Wie kann ich das aber gut mixen? Zu klein? Kannst du nicht erst würzen, dann schneiden? Das ist eine interessante Taktik. Wir nehmen mal so einen großen... Was für einen Teller sollen wir nehmen? Ein großer Teller Basic. Die Scheiben sollen 20 Gramm sein. In eine Schüssel? Ja, ein bisschen dünn. In eine Schüssel? Warte. So. Also ein tiefer Teller. Suppenteller oder was? Ne. Schüssel? Was ist denn das? Quadratischer Teller, großer Teller, Teller, Basic Teller, Bernateller, großer Teller, Suppenteller, Auflaufform. Schüssel? Schüssel. Das hier ist eine Schüssel. Okay. Und ihr meint, das ist so grob geschnitten oder was? Ne. In was? In 20 Gramm Scheiben? Warte, erstmal gucken. Mal gucken. Der braucht noch. So. So. 15 Gramm Scheiben bei Mozzarella. So. Mozzarella. Kaufen wir. So. Legen wir hier drauf. Wir kaufen noch einen zweiten. Okay. So. Oh. Die sind übereinander. Das wäre geil gewesen. Warte mal. Ich muss mal gucken, ob das hier nicht zu... Okay. Versuchen zu schneiden jetzt. So. Hier 15 Gramm. Wie viel muss ich denn da machen, Mann? Wie groß sollen die denn sein? So. Ich hab keinen Plan, Leute, ey. Nicht meine Tomaten! Ja. Okay. Alles cool. Alles cool. So. Jetzt. Ja. So. Jetzt würzen wir das Ganze. Äh. Womit? Salz 5. Schwarzer Pfeffer 5. So. Salz. 1, 2, 3, 4, 5. Dann schwarzer Pfeffer. 1, 2, 3, 4, 5. Das waren 6. So eine dumme Kacke. Und Olivenöl. Wo ist mein Olivenöl? Hier. Wie viel? Waren es 5? 10. 10, 10, 10, 10. Okay. 10. Das sind 11. Komm. Komm. Das gebt ihr mir, oder? So. Dann legen wir das drauf, oder was? Ripphähnchen. Kann man umrühren? Ne, weiß ich nicht. Teller eben Kübel. Garnieren mit Basilikumblatt. Soll es auf zwei... Ach, das muss verschieden. Auf einen Teller. Das soll verschieden. Oder was soll es auf einen Teller? Oder... Hey, ich raff das nicht. Warte mal. Wir machen... Nehmen wir einen großen Teller. Machen wir es mal hier ganz abgewieft. 2, 2. Ja, auf einen Teller. Soll das andere Ding auch auf einen Teller, oder was? Aber was? Soll alles auf einen Teller, oder? Ich raff das nicht. Wir schütteln uns jetzt drauf, oder was? Alles auf einen Teller. Ja. Das sieht so scheiße aus. So? Ist irgendwie ein Erfolg. Also, was haben wir falsch gemacht, aber? Zu viel Pfeffer. Zu viel Salz. Nicht genug Olivenöl. Was haben die für ein Problem mit ihrem scheiß Olivenöl? Tomaten. Schlechte Schneidetechnik. Mozzarella. Schlechte Schneidetechnik. Temperatur aber perfekt. Okay. Okay, haben wir es geschafft. Ist der Tag vorbei? Ich kann nicht mehr, Leute. Ich bin fertig. Ich baue jetzt entspanntes Dachs. Oh nein. Nein. Entenbrust in Apfel. Die haben wir noch nie geschafft. Okay. Also. Warte. Oh. Fuck. Nicht. Geht gut los. Geht gut los. Wo ist unsere fucking Entenbrust? Da? Nein. Wo ist Entenbrust? Da. So. Entenbrust haben wir. Wir legen die hier drauf. Chat, jetzt unterstützt mich. Gebt mir die Power. 3 Gramm Salz, 3 Gramm schwarzer Pfeffer, 3 Gramm Zucker. Also 3 Gramm Salz. 1, 2, 3. Perfekt. Dann 3 Gramm schwarzer Pfeffer. 1, 2, 3. Das waren 4. Kann ich das wieder runter machen irgendwie? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Ähm. Dann Zucker. Auch 3 Gramm. So. Das waren 3 Gramm. Das ist gut. Naja. Ein bisschen Pfeffer mehr ist geil. Würzig dann. In einer Pfanne hinzufügen. Sonnenblumenöl, Salbeiblatt und Entenbrust. Boah. Okay. Pfanne. Ist da was drin? Nein. Die ist aber schon hot. Ich mach nochmal kurz aus. So. Sonnenblumenöl. 10 glaube ich. Oder? Ja. 10. Okay. Das sind 12. Das ist aber noch voll im Rahmen. So. Dann Salbeiblätter. Wie viele Salbeiblätter? Und was ist Salbei? Rosmarin. Basilie. Da. Wie viele? Chat, wie viele? 6 Gramm. Also 2. Okay. 2, 2, 2. Alles cool. Wir machen das hier hin. Ich mach das hier aus. Ich mach das hier jetzt an und dann machen wir das in die Hühnerbrust rein. Das war's, oder? Ja, okay. Jede Seite 100 Sekunden. Alles klar. Dann schneiden Apfel 150 Gramm in Viertel. Okay. Also. Wir nehmen einen Apfel. Ich hab noch nie mit einem Apfel gearbeitet. So. Hier ist ein Apfel. Legen wir hier hin. Wir brauchen ein scharfes Messer. Wir haben keine Messer mehr, weil ich immer rumwerfe wie ein Vollidiot. Wir werfen, wir schneiden jetzt in Viertel. Eins. Zwei. Drei. Und schon haben wir Viertel. So. Dann die machen wir in... Ist das noch nice? Ja, das ist alles geil. So, dann machen wir die in eine Schüssel. Um beträufeln... Ich hab zwei Schüsseln genommen. Kann das sein? So. Vier Äpfel. Muss ich irgendwie nicht den Stiel abschneiden oder so? So. In Viertel. Beträufel mit Zitronensaft. Wie komm ich an Zitronensaft? Ach hier, bei Flüssigkeiten wahrscheinlich, oder? Flüssigkeiten. Zitronensaft. Ich wollte gerade noch Zitrone auspressen. Beträufeln mit Zitronensaft. Wie viel ist das? Was heißt das? So. Wie viel ist beträufeln? Ach, 20 Milliliter. Fuck. Das ist doch ersaufen, den Zitronensaft. Wie viel hab ich jetzt schon drauf? Okay, wir legen das hier weg. So, da haben wir hier Zitronensaft. Zur Pfanne hinzufügen, Butterschmalz und einen Apfel. Warte, ich muss jetzt mal drehen, oder? Oh fuck, ich muss jetzt drehen. Warte. Oh. Geil. So, okay. Dann müssen wir jetzt weiter braten. Salbeblatt verbrennt, oder? Also muss da drin bleiben, oder? Bin ich raus? Muss ich einen neuen Salbe rein? Neues Salbe rein? Willi? Ja, wo ist der hier? Okay, so, warte mal. Jetzt mal ganz kurz. So, das haben wir jetzt alles. Jetzt Butterschmalz, 10 Milliliter. Fuck, ich muss Butterschmalz kaufen. Ist das eine Flüssigkeit? Flüssigkeiten, Butterschmalz kaufen. So, dann. Warte, den lege ich erstmal hier kurz ab. Und dann werfen wir den dann gleich rein. Aber erst wenn es fertig ist, oder? Müssen wir die Pfanne weitermachen, oder was machen wir? Guck mal, von beiden Seiten 100 und dann nochmal 45, oder was? Nein, zweite Pfanne. Was? Wirklich zweite Pfanne? Ich brauche eine zweite Pfanne. Potensilien. Pfanne. Paufen. So, okay. Wo ist Butterschmalz? Wie viel war das? Das waren 25. Warte. Was ist das Ding? Ich brauche noch ein bisschen. 10. Okay, genau 10. Oh mein Gott. Okay, sowas kommt dann noch rein. Okay, aber erst mal, das muss raus, ne? So, die ist fertig. Die lege ich hier kurz an den Rand. Und dann nähen wir das. Machen das an. Warum kann er es nicht tiefer halten? Das ist ein scheiß Problem, dass er es so hoch halten muss. Ist alles? Ist da noch was drin? Nein. Egal. So, und jetzt das da mit dazu, ne? So. Oh, geil, ey. Das ist ja richtig lecker. Was? Nein? Nein? Warum nein? Nein. Das war dann eine Zufügung. Nein. Aber ist alles cool, Leute. Ist alles cool. So, wir nehmen es hier runter. Suppe. So, wir nehmen es jetzt runter. Ich stelle das mal hier ab. So, wie füge ich das jetzt alles einen Teller hinzu? Ein großer Teller. Wir nehmen mal so einen großen Basic-Teller. Dann nehmen wir das hier. Miam, miam. Und. Mhh. Chat. Ist es so richtig? Mixen? Nein, Mann. Hoffentlich zu treuen. So richtig? Einzelne drauflegen. Okay. Die Soße fehlt. Nein, jetzt ist es doch. Oh nein, da fehlt ein bisschen was. Was fehlt denn da? Was mit der Soße? Pfannensauce. Entenbrust nicht genug. Salberblatt frisch nicht genug. Sonnenblumenöl nicht genug. Pfannensauce. Schlechte Schneidetechnik. Hitzefehler. Hä? Die ganze Soße fehlt halt. Wie, warte mal. Hätte ich dann die Pfanne da reinschütten sollen, oder was? Viertel mal richtig. Ich viertel doch richtig. Aus sieht, ey. Äh, ja. Den Apfel einfach in die Pfanne mitwerfen. Ähm. Wie meint... Wie denn... Ist hier die Soße? Oh, hier ist die leckere Soße. Mh, die würde ich gerne trinken jetzt. Immer noch besser als gestern. Hey, was war denn gestern? Ach so, einen Tag davor. Stimmt. So, gut. Ich mach' mal sauber. Äh, warte, wie das hier aussieht. Ich mach' mal sauber. Oder wir lassen einfach alles genauso liegen für Zukunfts-Matteo. Und dann, beim nächsten Mal, wenn ich Cooking Simulator spiele, wird er sich richtig krass aufregen, dass wir die Küche so hinterlassen haben. Das ist geil. Voll reingelegt und selbst. Mmh, wie ja.